ProPlay LP Hallo und herzlich willkommen. Hier ist ProPlay LP. Ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge GTA V. Wir sind gerade auf dem Weg zur nächsten Aufgabe, zur nächsten Mission. Das ist hier bei dem B. Da steht da Federal Investigation Bureau. Ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht. Und wir werden hier gleich hinfahren und mal loslegen. Ich habe hier schon ein anderes Auto mir besorgt, aber ich habe es schon wieder ein bisschen hingeärmelt. Weil ich war nicht so drauf gefasst, dass das so schnell ist. Weil es hat schon ein bisschen Dampf drauf. Ab geht sie. Ah, hier oben. Okay. Muss ich wahrscheinlich rein in das Gebäude, oder? Ich gehe mal rein. Wir gehen mal rein. Geht nicht rein. Okay. Dann ist es vielleicht dahinter. Sprinten wir mal dahinter. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Sprint-Power. Wir halten länger durch bei Sprints. Also wenn wir rennen müssen, hält Michael jetzt länger durch. Hier geht's auch nicht lang. Dann doch hier oben lang. Aha. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie gut wie kann man erwartet? Aber die Nachbarnung ist nicht gut. Ich weiß nicht, was du sprachst. Ich weiß, dass du das fucking Job gemacht hast. Davey, wirklich, du bist in der Tatort. Du bist in der Tatort. Arreste mich. Du wißt du was? Du wirst du meine Leben schrauben. Weil du es sagst, motherfucker. Was? Du es sagst. Trevor. Ein paar Tage vorhin. Aber wir haben wirklich nichts darüber gesprochen. Aber wenn nicht, wann, er beginnt zu fragen, warum du nicht die Worms nach der Kanadischen Borde. Oh, wir haben Probleme. Ja, keine Scheiße. Wo sind wir? Zusammen. Also, wenn deine Probleme sind meine Probleme, dann würde ich sagen, dass meine Probleme sind deine Probleme. Natürlich. Nein. Oder wenn ich meine Arbeit verloren habe? Wenn jemand in meine Arbeit kommt, beginnt zu lesen meine Daten, dann sehen die Dinge, die ich gemacht habe. Ich weiß vieles, ich kann eine Pläne für fünf Jahre, aber du... Fuck. Du. Du ungratvolle Bruder. Ich habe deine Karriere gemacht. Na. Und wir besser gehen, zu retten es zusammen. Weil du und ich beide wissen, nicht. Aber wir können sie jetzt nicht gehen. Was brauchst du? Dieser Mann. Ferdinand Karoloff. Die Agenzierung sagt, dass er tot ist. Wir, im Büro, denken wir, dass er voll von Scheiße ist. Wir denken wir, dass er irgendwo in einem Ort Also? Es ist sicherlich, dass er informiert hat, die mir und meine Lieblingsberater rauskommt. Die Agenzierung haben die Koroners geschlossen. Wir brauchen dich zu verifizieren. Wie werde ich in hier rein? Du hast schon gesehen, nicht? Ach. 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 Fiss ich denn? So was geht hier jetzt ab? Haben wir schön einen über den Schädel bekommen? Eey, wir sind noch am Leben! Bitte nicht sezieren! Oh no. Hoffentlich liegen ein paar Klamotten rum. Ich soll das Leichenschauhaus besuchen, okay? Im Leichenschauhaus nach Leichen suchen. Ob hier der verschollene Typ liegt? Okay. Du hast da? Du bist der Leichenschauhaus in der Zeit? Na komm schon, stirb auch. Das ist f***, ich bin nicht interessiert in die Wahrheit. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Mann, wie viele Leute kommen hier noch rein? Was wollt ihr? Was wollt ihr überhaupt von mir? Ich möchte doch nur die Leiche finden und dann hier abhauen. Okay, mit der Leiche, das wird jetzt eh nichts mehr. Die Leiche haben wir ja auch gefunden, irgendwie. Okay. Okay. Ich muss die Treppen nehmen. Ich soll die Treppen nehmen. Dann nehmen wir mal die Treppen. We got the exit seal. I don't know what's going on here, but I don't want the fuck out. Okay. 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 Let's go. Jesus. It's all a big misunderstanding. Oh no. Man, jetzt! Fuckin' dick! Noch so'n dick head! I'm not interested in the truth! Stupid asshole! Oh my, my god! You are this close to being shot! Hey, I already died once today! Asshole! Asshole! Weg mit euch! Ihr geht mir auf die Nerven! Na? Hier ist es nicht! Ah, da ist doch der schwarze Müllsack! Okay, jetzt hab ich ja meine ganzen Waffen! Jetzt hab ich ja meine ganzen Waffen wieder! Muss man nur gucken, wo es jetzt weiter lang geht! Wir wollen die Rundfunk-Käden aussehen! Ach, ich hab den Rundfunk! Was? Ich hab den Rundfunk-Käden zu bekommen! Ich hab den Rundfunk-Käden zu bekommen! Ich hab den Rundfunk-Käden zu bekommen! Oh, wie? Jetzt müssen wir auch hier irgendwie wegkommen! Ich hoffe ich bekomme ein Auto! Da stehen ja Autos! wollen abhängen schon wieder geht mir auf die nerven so war hier nicht irgendwo so nicht spray genau hier oben müssten wir hin da könnten wir unsere krache umsprayen dass man nicht mehr gefunden werden dass man die cops abhängen ich glaube bei dieser spray werkstatt können wir unseren wagen umlackieren damit uns die cops dann nicht mehr auf die nerven gehen und nicht uns nicht mehr finden schauen wir mal ob wir es bis dahin schaffen die ballern heftig auf mich ach verdammt komm schon gib gas baby und rum und 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 Was ist denn hier rein? Hier können wir unseren Wagen umlackieren Aber ich glaube, ah, der ist schon Fahrzeug reparieren Okay, wie komme ich wieder raus? So, die Bullen sind mal los Können wir in Ruhe zu unserem Zielort fahren Sorry Ich fahr auf der falschen Straßenseite Wer findet das, der Büro oder die Agency wird eine große Bumpe in finanzieren Ich bin egal, deine Anfragen Ich bin weg, Dave Du bist nicht Ich brauche dich zu treffen, mein Chef Wir werden in der Pflege zwischen dem FIB und dem IAA Der IAA Der IAA? Du schuldigst mich nach dem Span, ich habe mit dem Agency-Mann? Relax Sie werden nicht da schauen, sie nie erwarten Ich bin ein Inseite-Job Ok So, jetzt fahren wir hier Auf der Autobahn Wahrscheinlich fahren wir jetzt zu den einen Typen, der uns Einen Knüppel über den Schädel gezogen hat Kann sein, oder woanders hin Weil eingesammelt haben wir eigentlich nichts, außer unsere eigenen Waffen. Es geht ja hier im Moment nur um irgendwelche Informationen über die Leiche, die wir finden sollten. Ah, jetzt müssen wir noch bis da hoch, durchs Gelände, das Stückchen noch und dann sind wir gleich da. Hier hoch wahrscheinlich, richtig steile Auffahrt, das schaffen wir doch mit der Karre. Da ist auch Franklin. Ja, ich habe es. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ich weiß, ich glaube, ich weiß, ich weiß, ich weiß, Gott Gott, Franklin. Ich habe so viele Dinge, ich kann sie gar nicht einfach abhängen. Ich bin voll von schweiz. Ja, aber dein voll von schweiz hat mir viele Bücher. Ein Stück mit dir, ich habe mehr Geld mehr als ich in Hustlinie gemacht. Ja, ich bin ein großer Thief, aber es ist die andere Sache, die ich nicht herausfinde. Also, was ist das Problem, Mann? Was ist das Problem mit dem Büro, Mann? Der Schäufe... Ich meine, er ist ein okay Mann. Ein fucking Kossack. Wir haben ein Problem, lange hinzu. Es ging nicht so, wie es ging. Der falsche Mann wurde getötet, also musste ich in ein bisschen Informal-Protektion-Protektion-Programm. Er hat mich geholfen. Ich habe ihn nicht gezeigt, und alles war cool. Die Probleme begannen, wenn ich in der Zeit nicht verabschiede bin. Ich meine, er kommt, beginnt mich zu sagen, ich meine, Franklin, ich arbeite für die fucking Feds. Oh, fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Ja, und das ist nicht die schlimmste Sache! Hab ich dir immer über Trevor gesprochen? Mann, ich denke so. Also Michael braucht unbedingt mal wieder ordentliche Klamotten. Der muss sich mal wieder ordentlich umkleiden. Ja, in der Hölle auf der Erde. Das ist das, was er ist. Oh, ja, guten Glück mit dem. Ich meine, Trevor und ich haben eine Geschichte. Eine komplizierte fucking Geschichte. Schau, ich habe viele Dinge gemacht, die ich nicht stolz bin. Ja, ich habe nie gedacht, ich bin ein Engel. Aber Sie treffen, Trevor, Franklin. Sie werden sagen, ich bin ein Engel. Also, was ist der Moment, Mann? Ich weiß nicht. Fuck. Ich werde nur, du weißt, versuchen, auf beide Seiten zu spielen, bis ich herausfinden kann. Alles klar, Mann. Schau, Mann. Ich helfe mir. Ich sehe, Mann. Alles klar, was ich tun kann, ist zu helfen. Das ist eine Todesendung, Franklin. Mann. Ich versuche nicht zu hören, Mann. Wenn die Polizei nicht zu dir, dann sind die Mannschaften einfach nur Hustlern. Und ich versuche nicht zu lassen, kein Mannschaften Vater zu denken, dass er so Mannschaften verrückt ist, mich auf einen Baum. Schau, das. Hey. Du bist ein guter Kind, Franklin. Das bedeutet viel zu mir. Wie ich sagte, ich bin ein großartiger Thief. Ich werde etwas für dich finden. Groß. Komm mal. Du musst besser wegziehen. Alles klar, Mann. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Okay. Da haben wir das doch gepackt. Mal abspeichern hier. Haben wir hier auch irgendwo ein Auto stehen vielleicht? Das ist auch. Ah, hier haben wir doch eine Karre. Ah, es ist doch meine. Fahren wir mal. Ah, jetzt ist das B hier unten. Wo bin ich überhaupt im Moment? Wo stehe ich gerade? Hier. Ah, hier bin ich. Hier unten. Okay. Fahren wir mal zu Michaels Haus und ziehen dem mal ordentliche Klamotten an. Oder wir gehen welche einkaufen. Einen ordentlichen Anzug wieder. Wo haben wir hier ein Begleitungsgeschäft? Hier. Oder das hier. Das ist ein Discount Shop. Kleidung. Gehen wir mal zu dem. Wir schauen uns mal an, was es da für Klamotten gibt. Ansonsten gehen wir zu Michaels Haus und ziehen uns da am Kleiderschrank um und ziehen ihm da wieder ordentliche Klamotten an. Hey, stopp! Du musst mir helfen. Oh, da braucht jemand Hilfe. Dieser verrückte Mann hat seine Frau aus seinem Freund. Ich weiß nicht, was zu tun. Ich denke, er wird sie töten. Komm her, schnell! Hier! Sie schreit. Nein! Und er hat sie schreit. Es ist gerade hier. Da helfen wir ihr doch gleich mal. Kein Problem. Was geht ab? Wir haben einen! Geh, geh, geh da rein! Du f***ing bewegst und du bist tot. Gib mir das f***ing Geld. Hey, schau. Sorry, du... Nein! 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 Na ja, ich habe sie doch erledigt. Das war's. Muss die Tussi hin? Hab ich auch keine Bullen wieder auf mich gehetzt? Nee. Keine Bullen. Ich glaube, der habe ich geholfen jetzt Hoffen wir es mal Steht hier vielleicht ein schöneres Auto rum? Na, nicht wirklich Schöner ist das hier auch nicht Dann haben wir eine kleine Mini-Mini-Mission gemacht und haben denen mal Haben der Frau mal geholfen Jetzt besorgen wir uns mal ordentliche Klamotten Wo soll ich lang? Autobahn Okay Dann sind wir auch Naja, ist noch ein kleines Stück Paar Meter Dann sind wir da Oh, shit! Oh, shit! Also du musst mich in fahren fahren! Anzüge viel besser. So. Anzüge. Den hatten wir vorher, glaube. Hm, nö. Ich wollte eigentlich eher einen kompletten Anzug wieder den hier. Okay. Viel besser. Viel, viel besser. Speichern wir das mal ab. Okay. Also, ich würde sagen, dass wir im nächsten Video weitermachen mit der nächsten Mission hier. Wir haben hier B. Wir haben hier M. Bei Michael gibt's was. Da geht irgendwas ab. Ich glaube, das werde ich mal machen. Und hier B. Bei dem Typen, der uns eins übergebraten hatte. Machen wir jetzt beim nächsten Video. Und da sage ich euch Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Und ich würde mich für ein Like freuen. Für einen Daumen nach oben. Und dann sage ich bis denen. Ciao! Oh no! Oh no! We got one hurt! Oh man, man! Errrr! Aaaaah! Oh shit. We got a boy hurt! We got a boy hurt! All right!